Herzlich willkommen beim fünften und letzten Blog vom Naked Sheep Autofox Trainingsblog. Acht Wochen Training sind vorbei, noch zwei Wochen stehen für uns am Plan. Ich hoffe, ihr habt die ganzen Trainingseinheiten durchgespielt. Ihr seid in Form gekommen, ihr spürt die Kraft. Und wie man jetzt hinter mir schon sieht, in den letzten beiden Wochen, die Berge haben sich verwandelt, die Skitourensaison steht in den Startlöchern, es geht los. Einige Touren sind schon erledigt. Und ich hoffe, dass ihr jetzt in den letzten zwei Wochen noch mal richtig Gas gebt. Von meiner Seite kommt kein Input mehr zu den Wochen hinzu. Die Trainingseinheiten habt ihr alle als detaillierte PDF hoffentlich downgeladet. Es kommen eben noch die zwei Wochenblöcke. Und dann sind wir fertig mit unseren zehn Wochen Training. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an der ganzen Sache. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gesehen, was man bewirken kann mit einem kontinuierlichen Arbeiten an sich selber. Und ich hoffe, ihr seid sehr, sehr gut vorbereitet für die diesjährige Skitourensaison. Ihr könnt jederzeit an den ganzen Social Media Kanälen von Autofox auf der Homepage dabei bleiben. Dort werdet ihr informiert. Dort seht ihr, was neu passiert. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Winter. Seid sicher unterwegs, unfallfrei, passt auf euch auf und alles Gute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.